Wie cool ist es eigentlich, dass man heutzutage vieler Spielen von Videospielen bezahlt werden kann und das ohne ein riesengroßer Streamer zu sein. In diesem Video zeige ich euch deshalb 5 Spiele, die Free-to-Play sind. Man kann also gratis einsteigen, wenn man möchte. Je mehr man investiert, desto mehr kann man verdienen. Aber um anzufangen, braucht man nichts. Also super, um die Spiele zu testen und zu sehen, machen sie überhaupt Spaß? Denn wenn ein Spiel keine Spaß macht, dann auch wenn man dafür bezahlt wird, wird man da keine Freude daran haben und dementsprechend auch weniger verdienen. Deshalb zeige ich euch einfach mal, was aktuell in den Top 5 ist bei playtoearn.net slash blockchaingames und ein paar von den Spielen habe ich auch selber schon getestet. Allerdings habe ich nicht jedes einzelne ausführlich gespielt. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr eure Erfahrungen reinschreibt, nachdem ihr das Spiel getestet habt, wie es euch gefallen hat. Und das Beste ist, ihr habt dabei auch die Chance Litecoin zu gewinnen. Denn an alle, die zum Kommentar auch ihre Litecoin-Adresse posten, verlose ich verzauberte Litecoin am Ende von jedem Videotag. Und dann würde ich sagen, filtern wir erstmal das, was wir brauchen. Und wir brauchen natürlich Spiele, die aktuell live sind. Also nicht irgendwelche Sachen, die jetzt gerade im Pre-Sale sind, wie zum Beispiel Sandbox, da fällt es auch schon weg. Dann natürlich Yes. Es muss F2P sein, also Free-to-Play. Und dann, weil wir ja gesagt haben, das soll eine Krypto- bzw. NFT-Geschichte sein, filtern wir weiterhin. Und dann haben wir auf Platz 5 Chano. Und ganz klar, das hier ist ein Spiel, wie ihr schon unschwer erkennen könnt. Das ist im Prinzip Uno auf der Blockchain, wer von euch Spaß hat und gut ist in Uno. Für den ist dieses Spiel wie gemacht. Ansonsten, wenn du sagst, hey, ich habe keine große Freude an Uno, dann würde ich dir auch von Chano abraten. Das war es auch schon. Dann kommen wir als nächstes zu Cropbytes. Und das Ganze gibt es nicht nur auf dem App Store, sondern auch in Google Play, also eine mobile Variante, 200.000 Downloads. Und das Besondere ist, dass dieses Projekt eigentlich mehr oder weniger, wie ihr sehen könnt, Farmville ist. Also wer von euch Freude an solchen Spielen hat, wo man Samen sät und seine eigene Farm hat und die nach der Zeit immer weiter ausbaut, für den wird das hier extrem cool sein. Und ich weiß, dass dieses Konzept auch wirklich süchtig machend sein kann. Man muss aber auch ganz klar wissen, wenn man hier nicht wirklich jeden Tag Zeit hat, dieses Spiel zu spielen, dann kommt man da teilweise in Verzug. Ich persönlich bin davon nicht so ein großer Fan, weil ich mag es nicht, mich immer unter Druck gesetzt zu fühlen, ein Spiel zu spielen und sowieso so viel Zeit am Handy verbringen. Da habe ich lieber ein Spiel, was man so ein bisschen zwischendurch spielen kann. Aber wer von euch sagt, hey, ich habe an Farmville eine Riesenfreude. Ich bin gerne bereit, jeden Tag da Zeit reinzustecken. Warum nicht? Dann kann man das auch gerne mal probieren. Das nächste Spiel ist Crypto Shooters. Sehr einfaches Konzept, wie ihr sehen könnt. Das ist einfach nur dieses Schießen auf diese Kreise. Und das war es im Prinzip auch schon. Also so sieht das Spiel aus. Das ist das Instagram-Profil. Ungefähr wird von Sparkpoint entwickelt. Übrigens, das hier ist mein Crypto Marco Instagram-Account. Ihr könnt gerne auch dort vorbeischauen. Zu diesem Spiel habe ich mir nur ein paar Spielszenen angeschaut, weil an sich gibt es da nicht viel zu erklären. Der Entwickler ist mehr oder weniger auf Mobile Games bzw. Crypto Games spezialisiert. Aber es ist wahrscheinlich das einfachste Spiel in dieser Liste, was auf dem dritten Platz ist. Allerdings muss man auch sagen, auch das mit den schlechtesten Bewertungen. Also es ist mit 2,8 bewertet in Google Play Store aktuell. Probiert das einfach mal aus, wenn es euch gefällt. Cool. Wenn nicht, dann haben wir auch noch Blockchain Cuties. Und das ist das Spiel, was neben Thetan Arena Platz 1 wahrscheinlich die größte Expertise aufweist. Denn dieses Spiel wird schon seit Jahren entwickelt. Ist glaube ich in der sechsten Season. Und wenn ich noch ein bisschen weiter runter scrolle, dann werdet ihr auch sehen, dass das ein ausgezeichnetes Spiel ist. Also hat auch schon einige Preise abgesahnt. Best Crypto Game seit 2018 sind sie dabei. Bestes Trong Game, bestes Ethereum Game, Game of the Week, Top Community Game, Game Section. Also wie ihr sehen könnt, das ist schon so in einer ganzen Weile dabei und hat auch auf fast jeder Sprache eigentlich eine entsprechende Community. Das Einzige, also im Grunde genommen, wenn man sich hier anmeldet, dann bekommt man einen gratis Cutie und kann damit Quests machen, gegen Raids gegen Bosse. Und man kann auch die Cuties miteinander züchten, wenn ich das so sagen darf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seht es vielleicht schon in meinem Gesichtsausdruck. Also es kann viel Spaß machen und man kann da auch viel Geld verdienen, wenn man da sich reinfuchst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Stil von diesem Game, der Artstyle, sagt mir überhaupt nicht zu. Also irgendwie, es gibt diesen psychologischen Effekt, wo Gesichter irgendetwas in einem Auslösen, wo man sich unwohl fühlt. Bei Schreck, beim Animationsfilm Schreck, war das zum Beispiel ein Problem, weshalb die Gesichter angepasst werden mussten, weil die Leute sich outgecreept gefühlt haben. Und diese Cuties, die sorgen bei mir dafür, dass ich mich irgendwie ein bisschen unwohl fühle. Deshalb ist das kein Spiel für mich. Aber Threaten Arena habe ich schon einige Schlachten schlagen können. Ich bin da schon kurz vor dem Private Level im Battle Pass. Also es gibt noch einiges, was ich tun muss bis Bronze 1. Erst ab Bronze 1, beziehungsweise wenn der Account zwölf Tage alt ist, kann man seine verdienten Coins auszahlen. Ich habe jetzt ein paar Stunden da reingesteckt, schon vier, fünf, sechs Stunden, habe 40 HCT. Ich weiß jetzt den Ticker nicht auswendig, wie der Coin heißt von Threaten Arena. Das sind 40 mal 20 Cent, glaube ich, aktuell, was ich da verdient habe. Und Threaten Arena, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn die Grafik simpel gehalten ist, macht unfassbar viel Laune, macht wirklich viel Spaß, geht sehr einfach, das zu installieren. Auf den mobilen Geräten finde ich die Steuerung nicht so gut. Also da bevorzuge ich die definitiv, die Tastatursteuerung. Und auch bei Threaten Arena gilt, man kann es gratis anfangen, aber wenn man da investieren möchte, dann kann man da mehr verdienen mit den Helden. Man bekommt da einen größeren Bonus und man kann da durchaus ein normales Stundengehalt verdienen, wenn man jeden Tag spielt und je nachdem, wie viel man da rein investiert von den Kosten pro Hero, kann man da durchaus... Ausgerechnet, wenn ich ein Video mache, ist der Store online. Gibt es das eigentlich? Das ist witzig, jetzt wollte ich euch eigentlich ein paar Heroes zeigen. Also die gehen bei 100 Dollar los, glaube ich, können teilweise hochgehen bis 100.000. Je nachdem, auf welche Stufe man den kauft. Dementsprechend, wenn man hier mehr investiert, dann kann man auch mehr verdienen. Aber auch hier gilt die Devise, im Idealfall hat man da Zeit und Lust, jeden Tag das Spiel zu spielen. Aus meiner Sicht ist es das, was die meiste Laune macht. Aber da ich mir nicht sicher bin, wie langfristig, wie sich der Coin von Theten Arena langfristig entwickelt, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich da investieren möchte in einen Helden. Aber man kann, wie gesagt, gratis anfangen. Man kann auch für das gratis spielen. Kann man, wenn man gut ist und die Battle Pass Ränge durchspielt, kann man da etwas verdienen. Dementsprechend kann ich euch Theten Arena wirklich nur ans Herz legen. Es einfach mal auszuprobieren, weil es macht wirklich Spaß. Und wer von euch vielleicht Brawl Stars kennt, für den, also das ist vor allem ein Spiel, was unter den Jüngeren sehr beliebt ist. Es ist mehr oder weniger 1 zu 1 das gleiche Spielprinzip wie bei Theten Arena. Nur, dass Theten Arena anders aussieht und man andere Helden hat. Aber es ist das gleiche Spielprinzip und Theten Arena, muss man auch sagen, hat sich auch einiges von Overwatch abgeschaut. Also da gibt es zum Beispiel diesen Saugknopf oder Knopf, den man verschießen kann, um jemanden an sich heranzuziehen. Das ist die Fähigkeit von Roadhog aus Overwatch oder auch dann zum Beispiel die Ulti vom gleichen Helden. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist so ein dicker. Das ist 1 zu 1 die gleiche Ultimate-Fähigkeit wie bei Reaper in Overwatch. Also wer von euch Overwatch spielt, kann mir auch gerne in den Kommentaren seinen Blizzard-Account verlinken und den Battle.net-Account verlinken und da spielen wir zusammen. Aber ansonsten schaut natürlich auch gerne in den Discord von uns vorbei. Den findet ihr in der Beschreibung verlinkt. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu Theten Arena, mit dem wir gemeinsam in die Schlacht ziehen können, wenn ich denn da tatsächlich online bin, zum gleichen Zeitpunkt. Und ansonsten, wenn ihr euch noch andere Spiele anschauen wollt, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Free-to-Play sind und wo man zum Beispiel etwas investieren muss, um da anzufangen, einfach nur mal eine Übersicht zu bekommen, was coole NFT-Games sind, dann schaut vorbei bei Play-to-Earn. Und natürlich eure Fragen und Erfahrungen gerne als Kommentar mit Lightcoin-Adresse unter diesem Video hinterlassen. Abonniert den Kanal mit Glocke, um kein Video zu verpassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.